Oh. Oh, ne? Das ist wie beim 10 mal auf oder 9 mal. Die schlechtesten Anschlüsse sind möglichst. Das ist wie beim 10 mal auf. Oh, ne? Nein. Oh, ne? Oh, ne? Vielen Dank. Vielen Dank. Oh, shit. Guck da. Ich nehme da immer rein, mach. Bin ich ehrlich geschissen. Okay. 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 Ah, das war's. Vielen Dank. Bist du McDonald's? Ja. Hier ist so ... Ohne, guck. Also gut, ein paar und halb Stunden. Zwei Stunden ist ungefähr hier. Ja, dann noch zur Gefahr kommt. Ja? Ja. 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 Höhe. Ja. 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 Das Problem liegt nicht daran, dass ich nichts sehe, sondern zu viel sehe. Warum muss ich mal abwägen? Manchmal habe ich so verrückte Sachen im Kopf. Kennst du das selber? Schönen Stoß auspacken. Einmal was Tolles machen. Ein Tolles, genau. Aber so etwas ist es ja noch nicht. Ein Stoß kann man spielen. Ein Stoß. 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 Eine Stoß. P Oh, der ist so eine Faul. Sagst du sowieso? Ja. Ja, ich denke, es ist scheiße. Ich hab dich nicht. Ja, aber eigentlich gibt es die Position bestätigt. Ja, ja. Ja, nur die Frage, dann stimmt. Zwei Faul, oder? Hm? Ach so, das sind immer zwei Faul. Du hast noch zwei Kugeln, wo du nur spielen musst. Ja. Ist das hier? Ja. Also, bin ich hier? Nö, hier ist der 0, und hier ist 1. Ja, ich hab doch 1. Ja. Und dann bin ich hier gelegt. Ne, ist dann auch beim letzten Spiel. Beim letzten Spiel? Ja, weil ich dann in die Tasche spiele. Und du hast sie doch gerade hingelegt. Hm. Das ist ja geil. Hm. Das sind ja nicht ein langen Ball verschossen von da unten. Könnte man dann sagen, wir haben jetzt eine Zeit, oder? Was passiert hier? Ja. Ich hab Zeit noch mal bekommen. Wauw. Oho. Oho. Ich hab echt glad some. Wow. Ne. Ne. Warum so schwer? Warum so schwer? Uh, der war immer noch ein komischer Spiel. Das ist ein Spiel. Und zwei Mal. Wenn ich den Scheiß erwische, dann kann sie einspielen. Ja. Und wenn ich den reinmache? Dann bist du ein toller Spieler. Okay. Passt. Oh, ich hätte noch nicht bespielen. Ich hätte noch nicht bespielen. Und das ist ein zuvor. Und das muss ich auch ausprobieren. Und das ist ein Händler. Alles zu sein. Also, ich mag meine Position. Das war dein Böger, wenn du es recht hast. Ich mag den. Vielen Dank. 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 Das war's für heute. Vielen Dank. 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 Ohne Angst. Ohne Angst. Schade. No. One. No. 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 Näher. Woher hier? Guck mal, ganz komisch. Und dann wird man nicht viel verwirrt. 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 Und dann wird man nicht mehr verwirrt. Ich habe keine Ahnung. Alter, ist abgekehrt. Oh, ich muss nicht mehr sagen, alles. Nee, komm! Ich habe keine Rücken festgelegt. Schlechter laufen, oder? So. Wie kann ich den retten? Also, dass ich die 5 raus höre, ohne dass ich sie noch habe. Geil. Oh, jetzt ist er. Ich brauche 2. Ich brauche 2. Oh, spannend. Ich brauche 2. Ich brauche 3. Ich brauche 3. Ich brauche 3. Ich brauche 3. Ich brauche 4. Das ist immer noch ein Punkt, aber... Ich glaube, das ist für dich nicht so normal. Ja, ich würde es ausfüllen. Möglichst nicht. Alles soweit, ich muss noch einen aufbauen. Konferenz, ja. Ich glaube, das ist ein Punkt. 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 Ich denke, das ist ein Punkt. Ich glaube, das ist ein Punkt. Ich glaube, das ist ein Punkt. Boah, wie viel Schmerz. Das wird immer wieder hergeschenkt. Er macht den Fehler und tut es trotzdem. Hallo! Ich war doch die Vier. Die letzte Fünf stören Vier. Mach mal auf. Danke. 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 Natürlich nicht. Das klein ist schon wieder da. Ja. Mauer die Worte. Ich brauche auch. Musst du irgendwie Winkel machen? Schmerz. Ich bin so schlecht gerade. Ich habe einfach gar keinen Stoß. Schmerz. 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 Du kommst. Nein, hinter die sieben. Da muss ich erst mal sehen. Es passiert einfach das Schlimmste wieder. Noch nicht. Ein Double Kiss von der Tasche liegen lassen ist... ... das Schlimmste. Es ist unglaublich. Das spielt echt nicht gut, aber... ... das ist ein Schlimmste. Das ist ein Schlimmste. Schön. Das ist ein Schlimmste. Schön. 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 Ich nehme mal. Das war's für heute. Ja, da hast du zwei, ne? Äh, mein Ding. Ich rufe jetzt kurz. Ich habe es gerade schon wieder jemanden verschoben. Hallo? Hast du mich? Perfekt. Ähm, ja, also wir rühren das noch mal. Auslandsweise. Zwei Cheeseburger und so was? Ohne Druck. Ohne Druck. Zwei Cheeseburger und eine Gurken. Okay, dann machen wir wieder weiter. Okay. Bis gleich. Tschau. Eine Stunde ist noch. Jetzt noch eine Stunde. Oh. Oh, anders wäre es besser. Äh, zwölf, fünf, was heißt? Fünf, drei, sieben. Töp. Buh-scher. Äh. Buh-scher. 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 Oh! Stop it! Soll ich das nicht spielen? Ich wollte ja den Lecker, also hier kommt er. Jetzt weiß ich, dass er natürlich noch ein paar Stoß ist. Ich weiß nicht, ob ich das nicht verstehe. Das war's. 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 Nein, Mann. Das war's. Vielen Dank. 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 Five, six... ... 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 Nein! 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 Ich will nicht mehr zu pressen. Wie ist denn hier abgeschlossen? Oh, das ist hier. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Vielen Dank. 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 Okay. 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 Okay, ist die 600 in? Okay. Ich krieg's doch hin. Es ist wieder ein Schuss, der da ist wieder ein Spießkopf. Ich werde verraten. Man blocht doch einfach mit Scherfball. Was ist denn los? Ich krieg keinen Ball mehr rein. Ich trau mich, die Jünger zu spüren. Ach, wecker, was ich krieg. Komm! Ich kann es dir nicht sein, was ich spüren habe. Ich kann ja nur daneben gehen, oder? Irgendwann zu dünn. Irgendwann zu dünn. Komm! Krach! Servus! Das war's für heute. So, ein bisschen. Mhm, wahrscheinlich nicht. Ne, komm jetzt. Noch ein Schlesteil. Nein, das ist so schwer. Und da. Und da. Ja, das ist so schwer. 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 Vielen Dank. 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 Bounce. Fuck's sake. Wow. Ich will die Bande den viel weniger erklären. Ja. 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 Vielen Dank.